Beide Trautsbett ist hier vorne. Ja klar, ist das aber auch wirklich schön. Wirklich? Komm, komm. So ein schönes Zimmer. Wenn du möchtest, kannst du die oberen beiden Schubladen haben? Ja, das ist mehr als genug. Die schöne Blumen. Ja, probier mal. Aber ich schlaf hier, ja? Du Schlind, ja, aber die sind ja gleich. Ach, Mädel.